Herzlich Willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge. Es gibt nur diese eine Arena und dieses Spiel heißt trotzdem Clash Royale. Ich heiße euch willkommen, Thorsten hier und ich bin weder auf noch abgestiegen. Es ist eine Farce, aber dieses Spiel hat halt nur ein Level oder hier heißt es ja eine Arena. Ich habe ohne Ende gespielt, das werdet ihr gleich sehen, habe die Clan-Truhe gerockt. Auch das habe ich zu Anfang gezeigt, ich werde es gleich auch nochmal einblenden. Und wie die Folge mittlerweile heißt, drei Decks, drei Siege oder drei Niederlagen. Das gucken wir mal. Ich habe also relativ viel gespielt, muss man mal so sagen. Immer knapp verloren, hoch verloren und ich habe so viel dieses Spiel geübt, dass ich jetzt immerhin wieder was kriege. Es gab mal eine Zeit, da habe ich nichts mehr gekriegt. Da war also weder eine Kiste für mich drin, noch irgendetwas anderes und ich habe mittlerweile drei Decks, die bespiele ich. Die wollen wir jetzt auch bespielen, das erste sehen wir jetzt gerade. Und gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. Ich habe mir natürlich diese drei oder diese Decks wieder ein bisschen abgeguckt von anderen. Ich kann ja nichts anderes. Und dementsprechend rocken oder rocken wir damit nicht, das sehen wir jetzt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir hier wenigstens unsere Truhe reinspielen können. Und ein bisschen habe ich auch investiert. Ich habe ein bisschen die Truppen abgedatet. Das heißt, meine Lakaien, glaube ich, sind hier schon auf zehn. Und dementsprechend muss ich aber hier jetzt ein bisschen aufpassen, dass mir hier nichts entgleitet, weil ich so ein bisschen abgerutscht bin. Aber der wirft nochmal. Jawohl, gut. Da hinten sind die Skellys auch noch gut zusammen. Jawohl. Das hat gut funktioniert, fand ich zumindest. Und hier hauen wir mal einen Feuerball rein, bevor die mir ein bisschen zu nahe kommen. Ziehe sofort die Sperrkobolde nach. Die werden diesen Turm jetzt schaffen. Das ist einfach so. Und so viel Erfahrung habe ich auch immerhin. Die schicke ich jetzt nur zur Ablenkung rein, damit die Lakaien da drauf gehen. Ziehe da meine Lakaien von hinten rein. Und so ist der Gegner erstmal schwer abgelenkt. Aber er kommt hier unten mit einem Level-2-Prinzen. Den müssen wir kurz mal ablenken. Aber mein Turm verteidigt noch. Das ist gut. Jetzt kommt er da schon wieder mit dieser alten Trommel. Das macht mir jetzt aber nichts. Wir ziehen gleich nach. Wir haben ja schon einen Turm. Das heißt, wir sind so ein bisschen im Vorteil können, was die Verteidigung angeht, alles eigentlich relativ ruhig angehen lassen. Wir brauchen überhaupt nicht in Hektik ausbrechen. Und können hier auch einfach mal einen Riesen vorschicken. So, da hauen wir mal die Laki's noch mit dazu. Und ein Drachen noch von vorne. Da kommt er natürlich jetzt wieder mit seiner komischen Kobold-Kiste. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Da haben wir noch ein bisschen Glück. Okay, die muss ich jetzt aber doch mal abwehren, damit die nicht doch noch ein oder zwei Hits auf mich macht. Macht sie nicht. Das ist gut. Der Magier kommt auch nicht. Durch 18 Sekunden müssen wir noch irgendwie überstehen. Gucken wir mal, wie wir das machen. Da ist noch der Magier. Der muss weg. Komm, 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 komm. Und ein paar Truppen zum Ablenken noch. Und dann könnte es das mit dem Deck gewesen sein. Das war es. Hat er doch noch geschafft. Gibt es ja nicht. Gibt es ja nicht. Auf die letzte Sekunde. Okay, das ist das Schöne an diesem Spiel. Das macht es nochmal spannend. Und wir sind allerdings etwas näher an seinem Turm dran, als er an unserem Turm. Jetzt hat er natürlich hier hinten zwei Magier am Start. Die muss ich mit meiner Hexe abfangen, sodass sie immer schön auf die Skellis gehen. Ich haue hier einmal einen Feuerball rein. Und der wird abgelenkt hier. Das heißt, da sollte er, denke ich mal, nicht mit durchkommen. Wir ziehen hier unser Drachenbaby nach. Hier die Sperrkobolde. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht seinen zweiten Turm auch noch kriegen. Ich denke mal, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl, da haben wir ihn. Super. Erste Deck durch. Das waren die ersten zwei Türme, die wir gemacht haben. Erste Deck durch. Wir kriegen eine Truhe. Dann schalten wir mal aufs zweite Deck um. Zweite Deck. Ihr seht selber Friedhof. Lakaien Horde diesmal. Die könnte ich allerdings auch noch tauschen gegen meine Lakaien. Auf zehn. Die tausche ich nochmal. Die Sperrkobolde, Elite Barbaren, der Wirbelsturm, Hexe und ein Wut. Den kann ich noch updaten. Könnte ich noch updaten. Ne, könnte ich nicht ganz. Da fehlt mir ein bisschen Gold für. Mach ich jetzt aber nicht. Wir wollen ja Fights hier sehen. Gehen wir also gleich in den nächsten Kampf rein. Gucken wir mal. Ja, da kommt er gleich so. Okay. Dann kontern wir hier auf jeden Fall gleich mal hier so ein bisschen mit unseren Riesen. Okay, dann wissen wir auch gleich, was er letztendlich in Vorder- oder Hinterhand hat. Das könnte uns das Leben natürlich etwas schwer machen. Da müssen wir mal gucken, dass unser Turm jetzt schießt und wir den so ein bisschen wegdrängen können hier. Das gelingt uns nicht wirklich. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Aber wir gucken mal, dass wir das Ganze noch irgendwie so ein bisschen retten können. Ja, da muss er jetzt schon das Fass werfen. Okay, das stört uns jetzt nicht wirklich. Da kann er auch ruhig ein Wut reinhauen. Wir warten erst mal ein bisschen ab, was er so macht. Und gucken mal. Wir schicken hier mal unsere Elite-Barbaren mit rein. Die können ruhig auch mal ein bisschen verteidigen. Und gucken wir mal, was er sagt, wenn wir so ein bisschen von... Nein, 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 von zwei Seiten stürmen. Den mag ich gar nicht, muss ich sagen. Ich habe den noch gar nicht. Ich habe den als legendär. Aber ich habe ihn nicht als... ...als normal. So. Da hauen wir erst mal den Friedhof drauf. Und jetzt hoffen wir mal, dass mein... ...Sturm, die hier wegregelt... Na, schafft er es noch? Schafft er es noch? Jawohl. Das haben wir noch geschafft. Aber es ist echt wenig am Turm los. Mal gucken, ob der schneller verteidigen kann, als der down ist. Oh, 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 ich denke mal, das ist verloren. Das ist verloren. Das geben wir auf. Ja, schade. Also doch nicht drei Decks, drei Siege. Sondern immerhin haben wir einen Sieg. Und wir spielen aber noch das dritte Deck durch. Mal gucken. Ist nicht so schlimm. Minus 28, ich pendle. Es gibt ja für mich nur eine Arena. Also von daher, ich ärgere mich nicht. Ich freue mich nicht. Dieses Spiel hat für mich nur eine Arena, nämlich Arena 7. Und das ist auch gut so. Wir spielen das dritte Deck. Das habe ich heute das erste Mal gespielt. Mit wem ich gar nicht klarkomme, ist er hier. Ich weiß echt nicht, wie ich den spiele. Aber wir testen den mal an. Soll ja auch ein bisschen was Spaßiges dabei sein. Und ich bin ja nach wie vor so ein bisschen im Lernstadium, was dieses Spiel hier angeht. Und dementsprechend seht ihr das selber. Ich weiß echt nicht, was man gegen welchen Gegner hier unbedingt so macht. Aber das sieht ja eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht jetzt aus. Jetzt ziehen wir hier mal einen Grabstein hin. Der macht ja wenigstens diese ekligen Skelette. Und der hat jetzt schon mal, der hat schön auf den Turm geschossen. Das ist cool. Der schießt jetzt die ganze Zeit da drauf. Okay, dann ziehen wir die mal. Die habe ich mittlerweile auf Level 7. Da muss ich sagen, die rockt echt. Aber, also in der Verteidigung und natürlich auch im Angriff. Okay, da hat er jetzt so einen. Dann lassen wir den die erstmal noch drin. Mal gucken, ob die noch einmal auf die Hütte schießt oder nur noch auf den Drachen. Ja, die packt den Drachen sogar. Das ist natürlich sehr cool. Und das ist natürlich sehr doof. Aber nicht ganz so tragisch. Wir ziehen diese Jungs da mal nach. Er hat einen meiner Türme. Ihr seht es ja, ich kann das Deck nicht wirklich spielen. Was aber jetzt nicht so tragisch ist. Wir stürmen hier mal vor. Wir haben noch 1056 an seinem Turm zu machen. Jetzt kommt er dort zwar mit etwas Unangenehmen für uns raus. Aber mal gucken. Das Teil war weg. Und die müssten eigentlich den Turm schaffen. Denke ich mal. Ja, das sieht gut aus. Die habe ich auch noch nie bespielt. Die habe ich bisher nur gelevelt. Aber es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt müssen wir natürlich hier mal unseren Grabstein platzieren. Weil irgendwo muss ich verteidigen. Aber ich bin gut an seinem Turm dran. Sehe ich gerade an dem mittleren vor allen Dingen. Und da lassen wir erstmal nichts anbrennen. Da ziehen wir hier die Pfeile raus. Jawohl, das sieht gut aus. Ich habe auch schon eine Idee, wo wir den Dicken gleich nochmal ziehen können. Okay. Da muss ich kurz mal alles geben. Das geht nicht anders. Aber jetzt mal gucken. Wir ziehen die mal von außen rein. Und den Grabstein setzen wir mal hier einfach so zur Ablenkung. Da weiß ich noch gar nicht, wie das so funktioniert. Ah, da muss er jetzt mit denen dran. Okay. Und ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Nämlich das Problem hier. Okay, den muss ich kurz mal anblitzeln. Sonst macht er mich kaputt. Das ist noch entspannt, muss ich sagen. Und damit er jetzt auch von der Seite kommen muss, komme ich jetzt mal auf den Dicken Turm. Mit meinem großen, der schießt ja wirklich noch auf den Turm. Die könnten den schön ablenken. Ziehe die nochmal rein. Mal gucken, die schießt darauf. Okay, er kommt damit. Die muss ich blitzeln. Und muss jetzt nochmal so ein bisschen alles in der Verteidigung geben. Die muss auf jeden Fall von hinten fallen. Sonst macht er mir zu viel Schadenpfeile hier. Ist natürlich doof. Aber mal gucken, ob der Grabstein noch ein bisschen was bringt. Ja, der bringt ein bisschen was. Das wird nichts von seiner Seite aus. Von meiner Seite allerdings auch nicht. Und wenn er jetzt nochmal einmal zustößt mit seinen, dann ist es das leider für mich gewesen. Schafft er aber nicht. Ich kann also nochmal meine Musketierin hier hinbringen. Kann nochmal den Dofturm zur Ablenkung bringen. Und hoffen, dass die Musketiere hier hinten nochmal reichlich schafft. Wir ziehen nochmal den raus. Das wird nichts mit deinen Pfeilen. Da könnte ich höchstens nochmal mit meinen kontern. Nein, er hat meinen Tump geschafft. Aber 42 auf seinen Turm. Okay. Aber ich finde, gut gemacht. Gutes Deck. Diese Serie würde ich sagen, die machen wir einfach weiter. Ich habe die Verbindung verloren. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich bin gar nicht im WLAN. Ich bin im LTE. Ist aber jetzt auch nicht so tragisch. Wir haben gute Pokés gemacht. Sind bei 1979 immer noch in Arena 7. Ich sagte ja zu Anfang, für mich gibt es in diesem Spiel keine andere Arena als diese hier. Und ich muss sagen, ich habe mich entwickelt. Habe hier reichlich Truppen gelevelt. Kann jetzt auch noch wieder ein bisschen was upgraden. Muss ich mal gucken. Aber diese drei Decks hier, die spiele ich in jedem Fall mal ein bisschen weiter. Weil die sind ausbaufähig. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer neuen Folge, wenn es wieder heißt. Toto Clashed Clash Royale. Ich bin wieder Tac open. Okay. Vielen Dank.